Ein Ford Transit Courier ist hier zum Verkauf angeboten. Der weiße Van ist fünftürig, bietet Platz für zwei Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Bluetooth, Bordcomputer, elektrische Fensterheber, und vieles mehr. Das Schaltgetriebe des Diesel überträgt einer Leistung von 95 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 14.439 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.